Namaste und Namaskar. Ja, gestern habe ich die neue Tagesenergie, die 161. Tagesenergie aufgenommen. Und naja, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich da versucht habe. Der Bildausschnitt ist noch ein bisschen daneben und am Ende habe ich vergessen, dann wieder umzuschalten auf das Bild, was ich eigentlich am Ende haben wollte. Aber letztendlich hast du vermutlich, wenn du die entsprechende Ausgabe schon gesehen hast, bemerkt, es geht auch technisch ein bisschen weiter. Und das soll natürlich vor allen Dingen nicht nur besser aussehen, sondern es soll mir auch mehr Möglichkeiten geben, Dinge zu zeigen oder auf bestimmte Artikel einzugehen oder ähnliches. Ja, das wird natürlich hier beim Magiekanal nicht anders sein. Und heute habe ich mir überlegt, will ich mit dir gemeinsam auf ein paar Kommentare eingehen. Das werde ich ab und an machen. Heute werden auch nicht alle Kommentare berücksichtigt werden können, die ich eigentlich irgendwann einmal besprechen möchte. Aber einige, die möchte ich mit dir gerne gemeinsam anschauen. Und ja, in naher Zukunft werde ich dann wahrscheinlich auch diese Kommentare hier elegant einblenden und wir lesen dann gemeinsam, was da steht. Heute machen wir das noch nicht so. Meine Zeit ist heute ein bisschen begrenzt und ich möchte trotz alledem hier am Ball bleiben. Denn einige Fragen, die hier gestellt werden, die müssen vom Prinzip auch zeitnah aufgegriffen werden, sonst geraten sie wieder ins Vergessen. Und das möchte ich nicht, denn die Fragen sind allesamt wichtig fürs Verständnis, die ich heute herausgesucht habe. Ja, dann noch etwas anderes im Vorfeld. Wir müssen natürlich immer wieder gemeinschaftlich auch über weitere magische Aspekte sprechen, um uns dann nach und nach ein bisschen breiter aufzustellen. Aber habe ein bisschen Geduld. Das können wir wirklich nicht übers Knie brechen. Und ich habe vor, immer wieder auch mal zwischendurch was praxisbezogenes zu machen. Ich habe mir beispielsweise auch überlegt, dass wir demnächst mal eine kleine Umfrage machen, was für einen Zauber ihr euch denn wünscht. Und dann können wir vielleicht unter drei oder vier Angeboten eine Auswahl vorbereiten, die dann eben entsprechend dem Interesse dann dazu führt, dass das nächste Video sich dann mit diesem Thema beschäftigt. Ja, fangen wir mit den Fragen an, beziehungsweise den Kommentaren, würde ich sagen. Ach ja, doch noch was vergessen. Es gibt zwei neue Online-Kurse, die im Februar beginnen. Und beide haben was mit Magie zu tun. Auf der einen Seite gibt es einen Online-Kurs zum Thema Kerzenmagie. Und das ist ein wichtiger Kurs. Kerzenmagie, das klingt vielleicht so ein bisschen nach Hausfrauenmagie, wenn ich das etwas respektlos so formulieren darf. Aber Kerzen spielen in allen magischen Traditionen auf der ganzen Welt eine enorme Rolle, weil sie auch eine sehr starke magische Wirkung im Gepäck haben. Weil sie, wenn man sie entsprechend zu nutzen weiß, auch so universell einsetzen kann. Man kann mit Kerzenmagie letztendlich alles tun. Von Verhexungen bis zur Liebesmagie. Kerzenmagie ist enorm breit aufgestellt. Und es gibt natürlich sehr einfache Dinge, die wir hier auch noch besprechen werden nach und nach. Also wir werden hier auch über dieses Thema sprechen. Aber man kann natürlich auch sehr tief einsteigen. Und darüber müssen wir auch in einer eigenständigen Sendung irgendwann sprechen. Denn es gibt auch magische Themen, die sind definitiv nichts für die Öffentlichkeit. Es sind keine Themen, die man teilen kann über einen öffentlichen Kanal. Und das muss verstanden werden. Und ich werde es immer wieder auch ansprechen, wenn wir beispielsweise über bestimmte Themenbereiche sprechen, die in diesem Zusammenhang aber ihre Grenzen haben, die eben die Möglichkeit, öffentlich darüber zu sprechen, ganz deutlich auch zum Ausdruck bringen. Also man muss ganz deutlich sagen, es gibt bestimmte Themen, die sind auch nicht ungefährlich. Und da kommen wir auch zu einem ganz großen, wichtigen Thema. Das wird vermutlich das nächste Video hier werden. Ich möchte über die Gefahren der Magie sprechen. Gibt es da Gefahren, wenn ja, was sind das für Gefahren? Wie ist das mit dem, du kriegst da alles dreifach, vierfach zurück, was du da machst? Darüber müssen wir sprechen und das tun wir auch. Aber das hat ein eigenes Video verdient. Und ich will das heute nicht hier so nebenbei streifen, dieses Thema, sondern ich möchte da intensiv drauf eingehen. Also ein Online-Kurs zum Thema Kerzenmagie fängt im Februar an. Es gibt eine eigene Webseite. Ich verlinke dir die mal unten in dem entsprechenden Kanal, wie heißt es, Beschreibung, Bewerbung, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls da wird es verlinkt, du wirst es unten finden. Dann gibt es noch einen weiteren Kurs. Und in diesem Kurs geht es um Eide, es geht um Flüche, es geht um Pakte und die Bindungen, die ja durch eine solche magische oder auch rituelle Aktivität aufgebaut werden können und die auch eine sehr starke und langanhaltende Wirkung erzielen. Das ist ein ganz großes Thema und dazu werde ich auch ein Video noch machen, auf jeden Fall. Also dazu muss einfach mehr gesagt werden. Es gibt dazu auch eine Webseite, wird auch unten in der Videobeschreibung, so heißt es glaube ich, in der Videobeschreibung, da wird es also entsprechend einen Link geben. Ja, nachdem das auch gesagt ist, lass uns einsteigen mit den Fragen. Ich habe, das hast du vielleicht gesehen, übrigens, wenn mir aufgefallen ist, dass eine Frage sich immer wieder neu, dass die immer wieder neu gestellt wird, und dass ich die dann oben in einem eigenständigen Kommentar beantwortet habe. So tauchte zum Beispiel bei dem Geldmagiethema die Frage auf, was ist denn nun eigentlich mit dem Öl, mit dem Basilikum und mit dem Basilikum auch in Form von Kräutern. Und da hast du gar nicht drüber gesprochen. Doch, habe ich, als ich das Video aufgenommen habe. Aber diese Aufnahme, das ist genau die, die dann auch später nicht in Ordnung war und die ich ersetzen musste. Und ich hatte bei der Aufnahme des Ersatzes gedacht, ich hätte es an einer anderen Stelle gesagt. Also mit anderen Worten, es ist dann nicht mehr im Video aufgetaucht. Das ist sehr schade, aber das wird sich nicht wiederholen, vermute ich, denn ja, die Technik habe ich komplett umgestellt. Das wird jetzt alles viel, viel einfacher. Und das wirst du wahrscheinlich schon im nächsten, übernächsten Video dann auch sehen. Also die Frage, wie gesagt, wurde im Video beantwortet. Ich habe sie oben in den Kommentaren beantwortet. Also du hättest Basilikumöl sehr gut nehmen können und hättest dieses Basilikumöl in der Kombination auch mit dem getrockneten Basilikum, das du auf die Kerze hättest streuen können, verwenden können. Kannst du immer noch machen. Das bringt mich zu einer Frage, die auch mehr als einmal gestellt worden ist. Nämlich die Frage, ist es vielleicht eine gute Idee, wenn ich das jetzt einfach wiederhole. Du hast ja noch einen zweiten Termin angekündigt. Ja, könntest du. Nun muss man wissen, dass in der Magie der Magier davon ausgeht, dass das, was er magisch tut, auch eine Wirkung erzielt. Also er hat normalerweise nicht das Bedürfnis, das, was er magisch getan hat, sofort zu wiederholen, weil er der Wirkung nicht vertraut. Das wäre auch kontraproduktiv. Aber bisweilen ist es vielleicht trotzdem eine gute Idee, weil man einfach im Nachgang das Gefühl hat, ich könnte das stärker und energetischer noch einmal tun und dann gibt es auch nichts, was dagegen spricht. Wir werden über diese Art von Loslassen, die ganz wichtig ist in der Magie, auch noch sprechen müssen. Denn der Magier lässt das, was er magisch tut, dann im Nachgang los. Das beispielsweise wird ganz ausgeprägt sichtbar, wenn es um Sigillen geht. Die werden dann in der Regel sehr häufig verbrannt, nicht immer, aber sehr häufig. Und da werden beerdigt oder werden auf eine andere Art und Weise zerstört, um die Wirkung im Grunde genommen Gang zu setzen. Und der Magier vergisst dann dieses Thema. Das ist ein weiterer Aspekt, wenn wir auch noch als Thema streifen. Und das gilt aber, man kann sagen, durchaus auch für andere magische Aktivitäten. Also ich will die Frage kurz beantworten. Ja, du kannst das gerne wiederholen, wenn du das Gefühl hast, du kannst es jetzt besser machen. Aber du musst es nicht wiederholen, um zu sagen, jetzt glaube ich, ich werde das immer so häufig wie möglich tun, damit es auf jeden Fall klappt. Das ist nicht gut. Ich will überhaupt noch was zum Geldmagneten sagen. Ich habe das gesagt im Video. Ich hoffe nicht in dem Gelöschten, sondern in dem, was du dann auch gesehen hast. Der Geldmagnet will gefüttert werden. Er braucht, man könnte sagen, deine Aufmerksamkeit oder auch deine Energie. Er braucht sozusagen auch die Präsenz des Themas. Und deswegen ist es eine gute Idee, einmal die Woche vielleicht zu einer bestimmten Zeit, Donnerstag wäre ein guter Tag beispielsweise, sich um diesen Geldmagneten zu kümmern. Ein bisschen Zimt drauf zu streuen, vielleicht eine Kerze anzuzünden. Eine grüne Kerze ist gut. Eine goldene Kerze wäre übrigens auch gut. Wir werden über Kerzenfarben auch hier noch sprechen. Das ist auch eine Frage, die ist gestellt worden. Das würde jetzt aber den Rahmen vom Video ein bisschen sprengen. Also wir sprechen über Kerzenfarben. Und Gold als Farbe wäre auch für so einen Geldzauber gut geeignet. Grün ist die klassische Farbe. Aber wie gesagt, über Farben sprechen wir noch. Du könntest also eine grüne oder eine goldene Kerze auch auf den Magneten stellen oder dahinter stellen. Du könntest vielleicht beispielsweise auch selber noch einmal versuchen, Energie zusätzlich in diesen Geldmagneten hineinzubringen. Ja, und das widerspricht auch nicht dem, was ich vorher gesagt habe. Mach was und lass es los. Dieser Geldmagnet ist etwas, das Energie aufbaut und eine Energie aufbaut, die stärker wird im Laufe der Zeit. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Wenn du beispielsweise ein Altar aufbaust, und wir werden über Altare auch noch sprechen, dann gewinnt er auch an Energie. Wenn du dort mehr tust, wenn du dort Kerzen anzündest, wenn du dich dort hinsetzt, wenn du dort meditierst, dann bekommt dieser Altar mehr Energie. Und das ist bei dem Geldmagneten auch der Fall. Also er ist nicht unbedingt sofort mit voller Power dabei. Ich habe gelesen mit einem gewissen Schmunzeln, ja, ich bin ja gespannt, was jetzt für Wirkungen kommen. Ja, und manchmal kommt es auch sehr, sehr schnell. Und ich habe mir auch vorgenommen, hier im Kanal ein paar kleine Zaubereien mit dir zu teilen, die gut geeignet sind, die magische Energie zu testen. Das ist auch so ein umstrittenes Thema. Darf man das? Darf man die Magie überhaupt testen? Wenn jemand zum Beispiel sagt, ach, ich habe jetzt Tarotkarten gezogen, jetzt ziehe ich nochmal. Zum einen ist es natürlich so, dass die Situation jetzt schon nicht mehr identisch ist mit der ersten Situation. Es hat sich vielleicht schon durch das Betrachten der Karten etwas in dir verändert. Zum anderen heißt es eben auch, ja, das soll man nicht machen. Aber es kommt hier und da vor, dass man doch in eine Situation gerät. Und manchmal ist man dann ganz erstaunt, wenn man in der Tat tatsächlich noch einmal die identischen Karten zieht. Wenn es aus irgendeinem Grund dann doch nochmal zu einem zweiten Versuch oder zu einer zweiten Durchführung kam. Aber ganz generell kann man sagen, es ist eine gute Idee, die eigene magische Energie zu testen. Und ich werde dir dazu ein paar kleine Tricks beibringen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das können wir noch nicht sofort machen. Ich möchte sowieso noch etwas loswerden, bevor wir gleich zu den weiteren Fragen kommen oder Kommentaren kommen. Wir sind wirklich am Anfang. Und das, was wir momentan hier tun und was wir hier gemeinsam besprechen, neben den Definitionen von Magie und den Hinweisen auf die verschiedenen magischen Künste, was wir so praktisch machen, das ist eigentlich Volksmagie. Das ist ganz einfache Magie. Das heißt nicht, dass die nicht wirksam ist, sondern im Gegenteil, die ist zum Teil sehr wirksam. Aber wir werden natürlich auch andere magische Aspekte betrachten, auch wenn wir die dann vielleicht gar nicht mehr vertiefen. Es gibt sehr spezifische Formen von Magie, beispielsweise im Voodoo. Ich bin nicht im Voodoo initiiert. Ich bin in diesem Bereich auch nicht wirklich in der Lage, dort etwas zu sagen, was aus der Praxis einen Wert hätte. Aber trotzdem ist es interessant, über diese magische Richtung zu sprechen. Einfach, weil wir viel lernen können und weil wir auch vieles in anderen magischen Formen wiederfinden. Und deswegen werden wir ab und an auch über Magie sozusagen mit einer größeren Perspektive sprechen und uns magische Formen anschauen, auch wenn die dann vielleicht in diesem Kanal nicht auftauchen. Heißt nicht, dass für dich nicht vielleicht an anderer Stelle dieses Thema zu vertiefen wäre. Und das bringt mich auch gleich zu einem Kommentar, in dem nämlich gefragt worden ist, hast du nicht ein paar Buchempfehlungen? Oh ja, und ihr bekommt Buchempfehlungen. Aber ich möchte gerne erst einmal ein bisschen mehr über die unterschiedlichen Varianten von Magie sprechen, weil ich dann auch Buchempfehlungen zu diesen Varianten geben möchte. Also zum Beispiel zum Thema Hexerei. Das ist etwas anderes als das, was man die sogenannte hohe Magie nennt. Aber auch zur hohen Magie kann ich dir selbstverständlich Buchempfehlungen geben. Und genau das werden wir nach und nach auch tun. Aber ich möchte erst einmal so ein Grundverständnis erzeugen. Und von daher ist es auch eine gute Idee, wenn du sozusagen diesen Kanal parallel mitverfolgst. Wenn du auf diesen Kanal stoßen würdest in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, und dann gibt es, ich weiß es nicht, wie viele Videos, vielleicht über 100 Videos, dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen, so jetzt setze ich mich hin und arbeite das Video für Video durch, weil da vielleicht zwischendurch Informationen sind. Denn ich versuche mit diesem Kanal durchaus auch etwas anzubieten, das aufeinander aufbaut, was auch holotropisch strukturiert ist. Ich gebe dir bestimmte Informationen, die du später an anderer Stelle dann selber einbauen kannst. Deswegen empfehle ich dir auch, dabei zu bleiben bei diesem Kanal. Sogar dann, wenn du mal sagst, naja, das Thema, das klingt für mich jetzt nicht so interessant. Sehr häufig wird aber in diesen Betrachtungen dann auch etwas angesprochen, das an anderer Stelle vielleicht aber für dich sehr wichtig sein kann. Also nur als Hinweis, meine Empfehlung. Und deswegen ist ein Abo auch eine gute Idee. Und ja, Glocke, glaube ich, kann man auch anklicken, dass man informiert wird. Ja, also das ist so allgemein auch so ein bisschen eine Aussicht auf die Themen, die uns hier noch beschäftigen werden. Ich werde heute mit Sicherheit nicht alle Kommentare aufgreifen können, die von Wichtigkeit sind. Aber mir sind ein paar Kommentare aufgefallen. Und da will ich natürlich im Grunde genommen jetzt natürlich auch ansetzen. Die eine Frage übrigens, die ich gerade hier sehe, wie lange kann ich eigentlich diese Glasschüssel stehen lassen? Ja, die kannst du ganz lange stehen lassen. Ich würde sie nach einem Jahr, würde ich sie dann neu frisch aufsetzen. Aber auch dort kannst du natürlich die Münzen dann herausnehmen. Und ich würde auch diese Münzen wieder verwenden, die ja schon auch eine energetische Aufladung haben. Wenn du natürlich das Gefühl hast, irgendwie ist das alles so staubig, das gefällt dir nicht. Ja, dann musst du natürlich nach eigenem Gefühl auch agieren. Übrigens, weil ich gerade sage, staubig. Es gibt eine bestimmte Form von Magie, die mit Staub zu tun hat. Und ich weiß, dass einige, die einen solchen Geldzauber verwenden, also die so eine geldmagische Schüssel bei sich aufgestellt haben oder die einen Geldmagneten aufbauen, dass sie tatsächlich auch ein bisschen Staub von der Bank, und zwar von ihrer Hausbank oder von irgendeiner anderen Bank, also nicht von einer Parkbank oder ähnliches, sondern von einer Bank, einer Geldinstitution, ein bisschen Staub mit in ihre Schüssel hineingeben. Staub Magie ist eine interessante Thematik. Nur mal so ganz am Rande. Ja, eine Frage, die finde ich so besonders interessant, die hat der Christian gestellt. Er sagt, lieber Alexander, folgende Frage drängt sich mir gerade auf. Ist eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten Zauber überhaupt möglich? Rufen nicht beide Akteure die gleichen unsichtbaren Geister oder Dämonen an? Woher soll man wissen, welcher Dämon sich auf das gerade durchgeführte Ritual meldet? Dämonen wird ja schon eine Tür geöffnet, wenn man sich nur eine entsprechende Sendung auf seinem heimischen TV-Gerät ansieht. Bergen Zauber, selbst wenn sie gut gemeint sind, nicht ein erhebliches Risiko. Eventuell könntest du ja diese Frage einmal beantworten, beziehungsweise, falls diese bereits geschehen, mit dem Hinweis auf die entsprechende Sendung geben. Ja, lieber Christian, vielen Dank für die Frage. Und ich freue mich sehr, auch wie du diese Frage gestellt hast. Du hast nicht gesagt, ja, das ist ganz schlimm, und da werden ja Dämonen gerufen oder Ähnliches, sondern du hast gefragt, wie wir das sehen. Und das bedeutet nicht, dass ich alle Antworten habe, aber dass wir uns neutral einem solchen Thema nähern sollten. Es gibt auch immer wieder durchaus Kommentare, die mit einer Vehemenz eine eigene Vorstellung vertreten und sofort ein Urteil fällen über das, was hier geschieht. Und wir werden uns natürlich auch mit solchen Kommentaren irgendwann einmal beschäftigen. Ich habe mir schon ein paar vorbereitet. Aber das würde uns jetzt zu weit vom Thema wegführen. Gucken wir uns also die Frage von Christian mal genauer an. Ja, wir gehen sie einfach der Reihe nach durch. Es sind doch ein paar Ansätze, die ich aufgreifen möchte. Lieber Alexander, folgende Frage drängt sich mir auf. Ist eine Unterscheidung zwischen gutem und schlechten Zauber überhaupt möglich? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Die gilt aber natürlich für alles. Sind Nudeln gut? Ich nehme jetzt ganz bewusst so etwas Absurdes, weil man merkt, das kann man nicht beantworten. Nudeln können gut sein, wenn man Hunger hat und wenn man sie zur Verfügung hat und dadurch dann satt wird. Aber sie können auch schlecht sein, wenn man sich vielleicht nur von Nudeln ernährt oder wenn man eine Packung Nudeln auf den Kopf bekommt. Und von daher ist es immer wichtig, dass man einen eigenen Zugang findet zu dem, was man das Gewissen nennt. Und dass man auch wieder einen Zugang bekommt zu den uns umgebenden Energien und der Kommunikation. Diese Kommunikation ist nicht schlecht. Wir sind sehr stark blockiert. Und ich habe das vorhin schon angesprochen, wir werden hier bald ein Thema uns gemeinsam anschauen, nämlich das Thema, wie ist das mit den Wirkungen? Bekomme ich da vielleicht alles zurück? Wenn ich jetzt da irgendwas mache, kann mir das dann irgendwie schaden? Oder ist nicht bei jeder Zauberei oder bei jeder magischen Aktivität das ein Faktor? Und da kann ich dir jetzt schon die Antwort geben, ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Es ist aber auch immer dann ein Faktor, wenn du irgendwas tust und sei es nur vor die Tür zu gehen, um die Post hereinzuholen. Du kannst ausrutschen und kannst dir das Bein brechen. Das ist das, was im Leben einen ganz wichtigen Teil ausmacht, dass wir interagieren, dass wir eingebunden sind in Strukturen, die uns umgeben. Und alles, was wir tun, alles, was wir in Bewegung setzen, jede Handlung von uns, setzt das was in Bewegung. Und dadurch kommt auch wieder was auf uns zu. Das ist immer eine Wechselwirkung. Und das gilt für alle Handlungen. Das gilt aber auch für alle unbewussten Handlungen, über die sich die Menschen gar keine Gedanken machen. Also mit anderen Worten, du kannst nicht verhindern, dass das auf dich zukommt, was auf dich zukommen soll. Aber du kannst deine Handlungen bewusst durchführen und durch das bewusste Handeln eben auch die Verantwortung übernehmen für das, was dann auf dich zukommt. Aber wir werden, wie gesagt, wir werden dieses Thema aufgreifen und wir werden auch über das Thema hat nicht jede Magie ihren Preis sprechen. Das ist auch ein ganz großes und wichtiges Thema. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ja, es gibt einen Preis, aber zum Teil ist es wirklich ein rein energetischer Preis. Und auch ein energetischer Preis kann durchaus herausfordernd sein. Und natürlich kann sich, wenn man sich mit dem Thema Magie beschäftigt, sich enorm viel verändern. Es ist genauso, als wenn du dich auf einmal verabschiedest aus der üblichen Mainstream-Welt und anfängst, dich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Auf einmal verändert sich was. Manche wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. und du findest immer mehr heraus und du stolperst immer mehr über Dinge, die du früher anders gesehen hast. Und das passiert ganz sicher auch, wenn du dich mit Magie beschäftigst. Aber das ist eine großartige Reise und vieles wird dir zuteil werden, was du vorher nicht hast sehen können. Gut, aber kommen wir wieder zurück zu unserer Frage beziehungsweise zu dem, was Christian hier schreibt. Ist eine Unterscheidung zwischen gutem und schlechten Zauber überhaupt möglich? Ist die Frage, ist das überhaupt notwendig, das zu unterscheiden? Das ist also auch eine Frage. Inwieweit ist das notwendig? Es gibt natürlich immer die Frage, die man sich generell stellen sollte. Inwieweit ist das, was ich tue, schädlich für andere? Und das ist eine wichtige und berechtigte Frage. Aber ich muss dir leider auch sofort sagen, diese Frage gilt natürlich auch für alles andere, was man tut. Und zum Teil kann man auch diese Frage nicht wirklich beantworten. Du gehst aus der Haustür, um den besagten Brief hereinzuholen und auf dem Weg zum Briefkasten zertrittst du drei Käfer, eine Schnecke und ein aus dem Nest gefallenes Vogeljunges. Und ja, ich wollte es jetzt ein bisschen dramatisieren. Aber du weißt, was ich meine, hoffe ich. Jede Handlung löst etwas aus. Jede Handlung bewegt etwas. Und jede Handlung ist mit allem anderen verbunden. Das ist eine magische Sichtweise. Und jeder, der Magie betreibt, muss und sollte sich seiner Handlung bewusst sein. Aber nicht jede magische Handlung ist von Hause aus schlecht, allein dadurch, weil sie magisch ist. Du kannst gar nicht vermeiden, überhaupt magisch zu agieren. Jeder Mensch agiert magisch. Er ist in Kommunikation und in Interaktion mit Energien. Und damit ist er in magischen Aktivitäten. Nur, er hat in der Regel keine Anleitung. Er hat keine Ahnung von dem, was er macht. Er sieht nur einen sehr begrenzten Teil, das, was so in der äußerlichen Welt sichtbar ist. Aber was da energetisch im Hintergrund geschieht, durch Handlungen, durch Gedanken, durch Emotionen, das sieht er nicht. Seine unterschiedlichen Ebenen, Mentalkörper bis zum Astralkörper, sind ihm völlig unbekannt. Ein Magier muss diese Dinge kennen. Er übernimmt viel, viel mehr Verantwortung. Das nur mal so als Impuls, darüber nachzudenken. Jetzt wird es aber spannend. Denn hier, fragt er nun, rufen nicht beide Akteure die gleichen unsichtbaren Geister oder Dämonen an? Nein. Nein. In der Magie spielen Geistwesen und Dämonen eine Rolle. Aber in den beiden Zaubereien, die wir jetzt durchgeführt haben, nicht. Und wir sind auch weit, 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 weit davon entfernt, mit unserem aktuellen Stand hier auf diesem Kanal, mit Dämonen zu arbeiten oder mit Geistwesen. Es gibt Geistwesen, mit denen kann man relativ schnell in Kontakt geraten. Und die sind von Natur aus, so kann man formulieren, zugänglich. Und dazu gehören unter anderem auch die Ahnen. Da gibt es einfach eine Beziehung. Aber dazu gehören beispielsweise auch Pflanzendevas, dazu gehören auch entsprechende Wesen, die um uns herum in der Natur zu finden sind. die einfacher zugänglich sind. Und natürlich, du ahnst es schon oder du weißt es schon, werden wir darüber sprechen. Aber Dämonen oder Geistwesen, die wirklich auch interagieren mit dieser stofflichen Welt auf eine Art und Weise, sodass sie mehr nützlich sein könnten, sind ein eigenständiges magisches Thema. Und da werden wir uns erst nach und nach hinbewegen. Jetzt ist es nicht einfach, über dieses Thema zu sprechen, wenn man nicht zumindest ein paar Klischees anspricht, die normalerweise sofort eine Vorstellung in die Köpfe bringen. Wenn man das Wort Dämonen verwendet, dann hat man eine Vorstellung im Kopf. Dämonen sind gefährlich, sind böse und sind dem Teufel zugeordnet oder wie auch immer. Ich kann das gar nicht sagen, weil das nicht meine Sichtweise ist. Aber das ist das, was herauszulesen ist an vielen Stellen, wenn man dieses Thema irgendwo liest oder wenn man sich damit beschäftigt. Das Interessante ist aber, dass wenn man sich mit der griechischen Mythologie beschäftigt, der Dämonen eine Art Brücke dargestellt hat zu Gott. Also eine Art Brücke auf einer spirituellen Ebene, die den Dämonen eben als eine Art Kontaktmöglichkeit gesehen hat zu einem Gott. Wenn ich jetzt sage zu einem Gott, dann eben, weil es bei den Griechen natürlich verschiedene Götter gibt mit verschiedenen archetypischen Charakteren, könnte man beinahe sagen, mit archetypischen Qualitäten und diese entsprechenden Gottheiten sind eben in der griechischen Mythologie durchaus über einen Dämon zu erreichen. Es gibt auch böse Dämonen bei den Griechen. Aber das Thema will ich jetzt nicht vertiefen, denn dann kommen wir doch sehr, sehr schnell in einen Bereich hinein, in dem die Verwirrung sehr schnell entstehen kann, wenn wir nicht sofort bestimmte Dinge erst einmal gemeinschaftlich auf eine neutrale Basis stellen. Aber ein klein wenig will ich zu diesem Thema trotzdem noch sagen. Es gibt nämlich eine besondere Form der Dämonen in der griechischen Mythologie. Übrigens auch bei den Römern. und dieser spezielle Dämon, der wird Genius genannt. Und vielleicht fällt ja schon auf, dass dieser Begriff des Genius offenbar verwandt ist mit dem Genie. Und jemand, der mit seinem Genius in einer guten Beziehung stand, der war ein Genie. Der war jemand, der einen Zugang hatte zu wissen, das ihm normalerweise nicht verfügbar war. Durch seinen Dämon, durch den Genius. Damit will ich einfach nur einen wichtigen Hinweis mit dir teilen, der eine enorme Bedeutung hat, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und auf einmal merkt man, diejenigen, die man mir in in meiner gesellschaftlichen Ausbildung als gefährlich präsentiert hat, stellen sich auf einmal durchaus ganz anders dar. Wirklich verwunderlich ist das natürlich nicht, das findest du auch, wenn du in der äußeren Welt dich aufmachst, aus den Klischees auszubrechen und nicht mehr sofort anfängst, die Dinge zu beurteilen nach einer vorgefertigten Definition, die genau aus diesem Grund genau so angelegt worden ist. Also Dämonen sind nicht von Hause aus böse Geisteswesen, sondern Dämonen sind Geistwesen, mit denen wir uns erst einmal beschäftigen müssen, bevor wir sie uns dann ein bisschen genauer auch ansehen, um dann vielleicht eine Einschätzung zu haben. Aber nichts destotrotz sind Dämonen auch nichts für Einsteiger. Und ich sind, Kakodämon heißen die übrigens. Gucken wir aber uns die Frage noch ein bisschen genauer an. Also noch mal ganz klar, lieber Christian, hier wird nicht mit Dämonen oder auch nicht mit Geistwesen gearbeitet. Ich muss doch noch was dazu sagen. Lieber machen wir mehr Videos zu einem Thema, als dass wir jetzt versuchen, vielleicht zu viele Themen in einem Video hineinzupacken. Da kann man das auch besser strukturieren, also erlaube ich mir dieses Thema ein bisschen ausführlicher zu behandeln. Was noch ganz wichtig ist, ich habe es vorhin gesagt, das was wir jetzt hier verwenden ist eine Volksmagie. Wir verwenden als Grundlage dafür eigentlich etwas, was man als Resonanzmagie auch bezeichnen könnte. Wir schaffen Resonanzen. Wir schaffen eine Art von Anziehung zu bestimmten Themen, indem wir bestimmte Symbole verwenden, indem wir bestimmte energetische Strukturen erschaffen, die mit den gewünschten Energien in einer Resonanzverbindung stehen. Mit anderen Worten, wenn ein bestimmter Ton auf dem Klavier angeschlagen wird, dann kommt eine spezifisch auf diesen Ton abgestimmte Stimmgabel in Resonanz. Und vielleicht sind wir nicht in Resonanz zum Thema Geld, vielleicht sind wir nicht zum Resonanz zum Thema Schutz und deswegen erschaffen wir etwas, das mit diesen Themen in Resonanz steht. Beispielsweise über die Farbe, aber eben auch über bestimmte Stoffe und selbstverständlich auch, indem wir diesem Thema eine Aufmerksamkeit geben und Energie hinein leiten. Und es ist deine Energie, die hier wirkt. Es ist nicht ein Dämon, es ist nicht ein Geistwesen, das dir jetzt zur Seite steht, sondern deine Energie, die du freisetzt. Wenn du das nun machst ganz ohne Energie, du rührst es einfach an und stellst es hin und ziehst es einfach durch, ja, dann wird es trotzdem wirken auf Basis der Resonanz. Aber die Energie, die du hinzugibst, das ist die wichtigste Zutat. Und ein wirklich starker Magier kann auf die materiellen Stoffe verzichten und kann jeden materiellen Stoff durch seine Energie ersetzen. Das heißt übrigens nicht, um das ganz deutlich zu sagen, dass nicht dennoch dieser Magier mit bestimmten Geistwesen zusammenarbeitet. Bewusst beispielsweise bestimmte Geistwesen um etwas bittet, mit Geistwesen einen Handel abschließt. Beispielsweise verspricht jede Woche eine Kerze aufzustellen für ein Jahr für eine bestimmte Arbeit. das was wir hier in dieser materiellen Welt tun können, ist etwas, das das Geistwesen in seiner Welt in dieser Form nicht vorfindet, aber trotz alledem eine Resonanzbeziehung wünscht. Und beispielsweise mit dem von mir erwähnten Kerzenopfer lässt sich also hier etwas dem Geistwesen zur Verfügung stellen, das es in seiner Welt eben nicht so finden kann. Auf der anderen Seite kann aber das Geistwesen etwas zur Verfügung stellen, das für uns aus unserer Position heraus nur schwer oder unmöglich erreichbar wäre. Vielleicht merkst du schon, dass diese ganzen Klischees aus Horrorfilmen und aus irgendwelchen Hexenfilmen dir möglicherweise sehr im Weg stehen. Du musst die Dinge auf die Füße stellen. Ich will in aller Deutlichkeit nicht sagen, dass es nicht bestimmte Dinge auch gibt in der Magie, die wirklich mit einer erheblichen manipulativen Absicht durchgeführt werden, die mit böse Absicht durchgeführt wird, und zwar eindeutig böse Absicht, zerstörerische Absicht. Ja, das gibt es. Das gibt es überall, in jedem Bereich, in beinahe jeder Branche, und wenn du dich umschaust, dann kannst du das auf der Weltenbühne in allen Facetten sehen. Kommen wir nochmal zum Christian zurück. Woher soll man wissen, welcher Dämon sich auf das gerade durchgeführte Ritual meldet? Ja, das ist eine Frage, die ich beantwortet habe. Hier soll sich gar kein Dämon melden, aber wenn wir tatsächlich mit Dämonen arbeiten wollten, dann gibt es ganz genaue Anleitungen und Siegel, die verwendet werden können, um ganz gezielt einen Dämon anzurufen. Es gibt Dämonen, die man könnte sagen, nicht zu den populären Dämonen gehören, Geistwesen, die nicht zu den populären Geistwesen gehören und die kein Siegel haben und die du nicht aus irgendeinem Grimoire heraus erreichen kannst. Ein Grimoire ist ein altes Zauberbuch, in dem beispielsweise solche Vorlieben von Geistwesen zu finden sind. Welche Farbe liebt es? Welche Gerüche liebt es? Zu welcher Uhrzeit kann man es herbeirufen? All das kann man nachlesen. Aber es gibt auch Geistwesen, von denen wissen wir das nicht. Beispielsweise der Geist deines Hauses, deines Ortes, der Genius Loki. Die Römer haben diesen Geist des Ortes sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Und den findest du tatsächlich eben in deinem eigenen Umfeld und da ist es man könnte sagen noch ein bisschen herausfordernder sich dem zu nähern, denn man weiß noch nicht allzu viel von ihm. Aber in der Regel ist auch ein solcher Ortsgeist gut und einfach erreichbar und ist für den Anfänger eine der zugänglichsten Möglichkeiten. Aber wenn man wirklich ein Geistwesen zur Unterstützung herbeiruft, dann sollte man genau wissen, mit wem man es zu tun hat. Man sollte die Vorlieben kennen, man sollte die Gefahren kennen, man sollte die Eigenheiten kennen, denn diese Geistwesen haben Eigenheiten, sie haben ihre ganz speziellen Qualitäten. Aber wie gesagt, das Thema müssen wir mal an anderer Stelle aufgreifen, sonst finde ich hier kein Ende. Dann schreibt er hier, Dämonen wird ja schon die Tür geöffnet, wenn man sich nur eine entsprechende Sendung auf seinem heimischen TV-Gerät ansieht. Ja, ich weiß, dass das behauptet wird. So einfach ist das nicht. Selbst wenn du ein Geistwesen anrufen möchtest, braucht es durchaus auch umfangreiche Kenntnisse und den Einsatz deiner Energie. Ich würde es einmal so sagen, die wirklichen Geistwesen, von denen wir hier sprechen, haben kein so großes Interesse an den Dingen, die wir hier tun, wenn sie nicht wirklich davon auch berührt werden. Vieles von dem, was ich so herauslese, lieber Christian, und da bist du wirklich nicht allein, ist einfach geprägt von bestimmten und sehr stark angelegten Bindungen, sehr stark angelegten Vorstellungen, die zum Teil auch rituell im Laufe des Lebens verstärkt worden sind. Also das ist ein Thema, das wir neutral betrachten müssen, um uns daraus auch befreien zu können, jedenfalls zum Teil daraus befreien zu können. Bergenzauber selbst, denn sie gut gemeint sind, nicht ein erhebliches Risiko. Ich glaube, dazu habe ich doch jetzt genug gesagt und bedanke mich für deine Art und Weise, wie du hier fragst und wie du hier dich mit dem Thema beschäftigst und das finde ich wunderbar. Ich habe hier eine andere Frage, die in die gleiche Richtung geht. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange das Video schon ist. Hier wird gefragt von Jule, ich habe eher Angst, dass ich etwas falsch mache und dann das Gegenteil bewirke. Ja, das geht alles in eine sehr ähnliche Richtung. Ach, du lieber Gott, nicht, dass dann irgendwas passiert. Ich habe auch eine Frage vorgefunden und die ist natürlich auch nicht unberechtigt und das ist eine gute Frage, wenn ich jetzt ein bisschen schmunzle, dann einfach, weil sie eben auch typisch ist. Wenn ich einen solchen Geldzauber mache, kann es nicht passieren, dass dann irgendjemand stirbt und ich erbe was durch meinen Zauber. So mächtig ist dieser Zauber nicht. Und tatsächlich ist das Leben eines Menschen sehr, sehr stark geschützt, auch gegen Einflüsse magischer Natur. Da muss schon sehr viel Energie eingesetzt werden oder sagen wir mal anders gezielte Energie eingesetzt werden, als es hier bei unserem Zauber der Fall ist. Also hier gibt es diese Sorge nicht. Aber und das ist ein wunderbarer Aspekt dieser Frage es gibt wirklich und das muss einem bewusst sein eine große Verantwortung wenn du deinen Zauber für dich formulierst. Wenn du dir über deinen Willenssatz der in der Magie sehr häufig eine große Rolle spielt Gedanken machst. Wenn du dir überlegst wie du formulierst Und das ist etwas das eine starke Wirkung haben kann. Du kennst sicherlich Märchen in denen eine Geschichte vorkommt in dem beispielsweise jemand eine Fee befreit oder einen Geist befreit aus einem Gefängnis und der sagt du hast drei Wünsche frei oder vielleicht auch nur einen Wunsch wie auch immer Und dann wünscht sich der jenige was und auch einmal stellt er fest ach du lieber Gott ich habe was ganz ganz anderes bekommen als ich eigentlich wollte vielleicht weil ich nicht ordentlich formuliert habe vielleicht weil ich nachlässig gesprochen habe und der Geist hat es falsch verstanden wir müssen eindeutig sein in dem was wir wünschen heißt es sonst bekommen wir vielleicht das was wir uns gewünscht haben ohne dass wir verstanden haben dass unser Wunsch eigentlich sehr ungünstig formuliert war wir müssen also ganz deutlich lernen richtig zu formulieren ich habe das in den vergangenen Zaubern einfach so ein bisschen nebenbei lapidar aufgegriffen auf welche Art und Weise formuliert wird einfach deswegen weil wir sonst gar nicht in die Praxis kommen wenn man alles im Vorfeld klären möchte dann wird das Ergebnis vermutlich dazu führen dass wir ja viel länger theoretisieren von daher habe ich ein paar Zauber herausgesucht die relativ einfach umzusetzen sind die sehr wirksam sind und die dich auch ein bisschen in die Praxis hineinführen damit du feststellst beispielsweise wie wichtig eine gute Vorbereitung ist damit du feststellst dass du viele Kleinigkeiten im Auge behalten musst dass du sorgsam wirst in dem was du tust und nach und nach werden wir alles verbessern vor allen Dingen aber werden wir auch deine Fähigkeit Energie freisetzen verbessern das ist der Schlüssel für jede Art von Magie wir werden darüber sprechen wie du einen magischen Raum erschaffen kannst das werden wir übrigens auch in dem Kerzen Magie Kurs besprechen wie kann ich einen magischen Raum erschaffen in dem ich magisch handeln kann einen Raum in dem ich einen anderen Zugang habe zu mir selber zu meinen Fähigkeiten und die müssen entwickelt werden das heißt du musst in der Lage sein deine Magie auch zu spüren Magie wahrzunehmen und das ist keine Hysterie oder keine Einbildung sondern es muss für dich eindeutig wahrnehmbar werden und dazu müssen wir erst einige Hürden überspringen vor allen Dingen müssen wir einige Blockaden hinter uns lassen und wir müssen und das ist wichtiger als alles andere unsere eigenen Macht vertrauen ja also die Fähigkeit die eigene Macht zu nutzen setzt auch die Fähigkeit voraus diese Macht zu berühren und auch diese Macht verwenden zu wollen keine Angst zu haben vor dieser Macht ja also das dazu wir werden bei späteren zaubern tatsächlich eine höhere Verantwortung haben mit dem was wir tun in der Formulierung das ist schon richtig das ist schon richtig ich gucke noch mal ob ich hier noch mal ein zwei Fragen habe ich schaue mal so auf meine Uhr ja hier schreibt jemand Donnerstage liebe ich schon immer für Aktivitäten ja Donnerstage sind nicht ideal für jede Art von Aktivität aber sie sind mit dem Jupiter verbunden und die planetare Kraft des Jupiter wiederum ist eine die perfekt passt zu dem Thema Geldmagie passt auch gut wenn man überhaupt Dinge anziehen möchte ins Leben ja wenn man versucht bestimmte positive Strömung positive Vibes neudeutsch gesagt ins Leben zu bringen ja dann ist der Jupiter auch eine schöne Unterstützung wir werden natürlich du ahnst es auch über die Energien sprechen über die Planetaren und ich sage dir noch was das ist auch ganz wichtig wir werden am Anfang über sehr viel unterschiedliche Formen von Magie sprechen aber dann später werden wir wieder zurückkehren zu den haupt magischen Möglichkeiten die ich dir hier aufzeigen möchte und das ist eine natürliche Form von Magie du arbeitest mit den umgebenden Kräften du nutzt aber auch moderne Möglichkeiten indem du dich durchaus befreien kannst von allzu rituellen Vorgaben die in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich den Effekt haben den sie einmal hatten weil wir nicht mehr diese Verbindung haben und wir ersetzen sie teilweise durch einfachere Handlungen die aber nicht weniger effektiv sind also es geht mir darum auf der einen Seite eine moderne Form von Magie anzubieten auf der anderen Seite aber eben zurückzugreifen auf die umgebenden natürlichen Kräfte mit denen wir sowieso interagieren meistens aber sehr blind wir kriegen einfach nicht mit was da passiert ja ich schaue hier nochmal ob ich jetzt noch irgendwas finde ah ja eine Frage habe ich noch siehst du das ist noch die letzte Frage die ich beantworten möchte die ist auch zwei dreimal gestellt worden ich habe nämlich noch einen Termin gut ich bin ich glaube drei oder vier Mal darauf angesprochen worden ich würde das sehr gerne mit meiner Freundin mit meiner Partnerin mit meiner Frau würde ich das gerne durchführen das Ritual spricht da irgendwas dagegen soll das jeder für sich machen oder können wir das gemeinsam machen das ist eine gute Idee wenn man diese Dinge gemeinsam macht aber es gibt auch bestimmte energetische Themen die in einer Verbindung stehen mit dir wenn wir beispielsweise geldmagisch arbeiten dann spielt immer auch die Art und Weise in der geld zu dir kommen kann eine Rolle ich kann selbstverständlich eine geldmagie durchführen und das völlig außer Acht lassen wie wir das mit dem Magneten mehr oder weniger tun aber auch dort habe ich dir gesagt stell doch dann den Magneten wenn du ihn nicht mehr am Eingang stehen haben möchtest stell ihn beispielsweise in das Zimmer das in einer Verbindung steht mit deiner Art Geld zu verdienen also verwende entsprechend beispielsweise deinen Geldmagneten im Büro stell ihn dahin wenn du dort dein Geld verdienst und wenn du kreativ bist und hast vielleicht so ein Studio in dem du arbeitest dann stell ihn dahin und wenn du ein Schriftsteller bist dann hast du irgendwo deine Ecke wo du schreibst ja dann stell ihn dorthin natürlich kann auch Geld auf eine ganz andere Art und Weise zu dir kommen aber der Geldmagnet verstärkt er bringt Dinge zu dir die ohnehin in einer gewissen Verbindung stehen beziehungsweise bringt auch neue Ströme zu dir von dem wir aber noch nicht wirklich wissen was da kommt deswegen ist die Tür ob jetzt zur Wohnung oder zum Haus ein idealer Platz einfach deswegen weil dadurch kommt letztendlich die Energie ins Haus da haben wir eben auch eine Verbindung zum Feng Shui in dem eben auch bestimmte Orte eine bestimmte Beziehung haben zu Energieflüssen ich habe gesagt manchen Häusern ist das nicht unbedingt die Haustür manchmal Häuser wird die Haustür fast gar nicht benutzt kann es sinnvoll sein eben die Tür zu verwenden durch die man tatsächlich ins Haus hineingeht aber das ist auch wieder etwas das muss man für sich selber einfach intuitiv erfahren und dann auch seiner Empfindung vertrauen ja also das ist wichtig von daher ja mach das gemeinsam das ist wunderbar aber mach das dann doch ein bisschen individuell so dass zum Beispiel der eine der beiden sagt für mich ist das meine Formulierung die verwende ich so hilf mir damit du mich energetisch unterstützt und ein gemeinsames Ritual das kann noch mehr Energie erzeugen und beide können natürlich eine Energie hineinbringen in diese magische Aktivität das ist eine gute Idee wir werden darüber noch sprechen und dann gibt es noch eine Frage die mir einfällt siehst du doch noch eine weitere die wir uns anschauen wollen ist auch mehrfach aufgetaucht kann ich denn so einen Geldzauber auch für andere machen und kann ich denen beispielsweise so ein Geldmagnet schenken ja und nein ich habe das eben ein bisschen schon angesprochen dieser Geldmagnet der steht in einer Beziehung auch mit deiner Energie der soll ja was zu dir bringen das ist ein sehr individueller Zauber und wenn du den jetzt verschenkst dann muss und sollte derjenige der hier aus diesem Geschenk oder von diesem oder durch dieses Geschenk profitieren möchte der sollte dann auch seine Energie mit hineinbringen in diesen Zauber man kann das tun allerdings ist für mich immer die Voraussetzung dass der andere zustimmt in so einem Fall also ich würde das anbieten ich würde auch nicht sagen du ich habe hier was mitgebracht das ist irgendwie hat meine Tochter gebastelt stell das da mal hin weil ich vermeiden möchte dass ich erzähle was da tatsächlich passiert dann ist das für mich ein bisschen unstimmig ich würde das nicht tun aber du kannst natürlich sagen worum es geht und sagen ich habe da an dich gedacht ich würde dir das gern schenken und dann musst du um das zu aktivieren allerdings auch eine grüne kerze hinter diesen magneten stellen die kannst du in sieben gleiche teile unterteilen musst du nicht zerschneiden sondern machst dir einfach ein Zeichen an dieser kerze und dann zündest du für sieben tage lang jeden tag zur gleichen zeit hinter diesem entsprechenden geldmagneten die kerze an und wenn die bis zu der position herunter gebrannt ein siebtel dann löscht du die kerze bläst sie nicht aus und das machst du sieben tage lang und in dieser zeit solltest du auch mit deinen gedanken bei diesem geldmagnet sein so dann bringt auch seine energie das dazu was gebraucht wird es gibt andere zaubereien die kann man gut weitergeben und hier würde ich aber trotz alledem immer als Voraussetzung die Zustimmung einholen tja das soll es für heute gewesen sein Fragen und Antworten gib mir eine Rückmeldung wie hat dir das gefallen ist das eine gute Idee sollen wir das öfter machen gib mir einen Daumen hoch wenn du meinst das passt zu deiner Empfindung ja und ansonsten freue ich mich auf unser nächstes Video vermutlich ich habe es schon gesagt wird es dann um das Thema Angst vor der Magie gehen ausführlicher wird um das Thema Gefahren in der Magie gehen wird um den Preis gehen den man bezahlt für seine magische Aktivität und dann gucken wir mal wie es dann weitergeht alles Liebe Namaste und Namaskar